Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play LoL mit den RGs RGs, wie immer und das ist irgendwie schon urlangweilig das Intro Cack, dich nicht dran dran Da sollen wir was Neues machen Was Neues, weil das ist immer so lame, was startet da? Wir sollten einfach mal das Video so random in einem Teamfight starten Und dann gehen wir ganz an den Anfang, weil kommt der Anfang ist so erschlafen Und dann steht alle da und alle gehen so fucking slow mit 3.30 Movementspeed zu seiner fucking Lane Ja, aber das ist halt ein LoL Game, ich habe dir den Link geschickt zu dem Das sind alles die Champs, die wir schon gespielt haben in einem LP Also Falls du mal irgendwie was Neues machen willst oder so Also jetzt muss ich mir irgendwas Grünes suchen Fuck that Was Grünes? Zum Anziehen, ja, ich habe jetzt eingewilligt Ähm, ich muss wahrscheinlich nach dem Spiel dann aufhören Okay Weil mir wurde angeboten Dann in einem Spiel mitzugehen Fußballspiel, weil deswegen eine Karte übergeblieben und ja Ich sage jetzt nicht wirklich aufhören Aber Wenn man weiß, wo wir wohnen Und ist halt Grün Dann kann das natürlich nur eine Mannschaft sein Tja, sei es aber niemand Fried Fuck Der Typ, das ist eigentlich auch nice, dieser Fehler Attack-Speed-Buff, das ist auch nice zum Leaschen eigentlich Den der WW da gibt Nein Der Young CS nein Ich Success Gel還有 Die Bisse Mübe Gold M Ihr habt Ihr habt Das finde ich nicht so nice Oh scheißen Ja das ist jetzt wieder Farm Simulator Ja das ist immer leider Farm Simulator Ah das ist kack, jetzt muss ich mich auf wie viele Sachen konzentrieren Jetzt muss ich irgendwie das Spiel so nebenbei kommentieren Auf ein Handy schauen Ja ich weiss schon Kurzvideos und so Ja Okay 15-20 Das geht sich aus Okay So Sorry Lucien My ping Going crazy Uh No problem dude I handle this shit See First Flutterino First Flutterino Come on Yes No Jetzt kriegen wir hier CS Okay So Die Erfahrung Simulator 2014 schlägt wieder zu I'm waiting for Chaox to eat corn Like what the fuck Würdest du dir mit den Need eine Tear kaufen Eine Tear? Uhh Wenn du auf AP spielst, ja Is he good? Yes Okay Legendary conversation God damn Ich hoffe ich combat Level 6 Weil dann wird die ganze Dann wird das ein bisschen leichter dem Jungle dazu entkommen So Gegen dem CS Geht bei dir unten was ab? Nein Weil ich muss öfter FNZ spielen bei den LULU Bei mir geht auch nicht wirklich was ab Was haben die für einen Jungle Die haben einen fucking Yasuo Jungle Ja der war schon bei uns unten Aber der hat nichts ausrichten können Ah ja Ja Auf die Lale CSing like a retard Sie so fehl da einfach die ganze Zeit nur CSen Sieht genau gar nichts Nein 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 Der Fader ist ganz wichtig Den muss ich kriegen Den Faden Nuno ist so geil Der Faden Jetzt ist es ganz easy zu fahren Level 6 Oh Alter Oh ist der Vega weg? Vega Reno ist weg Ich würde nói ich spiel den也 Das war gut. Wollen wir mal so früh aufstehen? Das war wirklich gut. Zurück zu PowerFunding. Wenn möglich, hätte ich es immer noch nicht. Stacken wir richtig scheiß Tear Das heißt, Ewanizer's need, die Tear zu stacken Oh, da hat der Brew-Off bekommen den Arsch Ich hätte natürlich nicht den Brew-Off bekommen Fuck me Jetzt kann der Sack, der's do spamen Yes, good job dude Und ein Bloomer für Pavi Haha Bei uns sieht's leider nicht so nice aus, weil der sollte mal ganken kommen Ja, der ist jetzt gerade zu mir gekommen, der ist anscheinend gerade erst Level 6 gekommen Hat sofort hier gegankt mit der Uld Oh kagel Der ist zu anscheinend auch Ich habe keine Reden Ich weiß nicht, wie viel ich hier kann Oh shit Oh my god, das ist viel zu tun So So Ich hole mir einen Schien Damn dude Du hast da schon irgendwie ziemlich runter gepokt Ja, wegen der Lulu Ja, wegen der Lulu Got you The fuck Der will weh Was ist? Soll nicht, die soll die fucking Minus nicht auto-tacken, deswegen hab ich jetzt den fetten nicht bekommen Film Der Vega kommt vielleicht rum, oder? Da ist er schon Shaman is getting hell IP I like it, I like it Nice Die nimmt einfach jeden Scheiß weg, oder? Den fetten Minial Und jetzt auch noch den Kiel Yo Das fucking Kiel, du Yes Man, das ist fucking lame Da geht nichts ab Da muss ich einfach noch Da muss man wieder trollen, wahrscheinlich Fucking Graves kann eh nichts Das bin ich da Mit einem BF-Sword Und Schuhe Ja, die hat eh nichts gemacht Im Wirklichkeit Ich hab den ja sogar so nice Gepressen Und Gold Und den fucking Kill Und den fucking Fat Minion Das werde ich nie vergessen Ripping Pepperonis Big Minion 2014 bis 2014 Der Vega hat das im EU gefailt, weil er ist ja runtergegangen zu euch Dann ist er gestorben Und dann ist der Yasuo in die Mitte gekommen und ich hab ihn gekillt Wurde er fail gewesen Und dann ist er Ich hab ihn mit dem Das ist wirklich fail Einen Spear hat der Yasuo geblockt, aber das war leider nicht genug für ihn Aber ich hab ihn nicht gewonnen 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 Verdammt, der Raybug ist zu viel Jetzt hab ich echt schnell ein Wort gekauft und ihn nicht aufgestellt Damn, Nid macht wohl Spaß Ich älter spiel Schaut euch aus mit meiner Tiere Ja genau Au Das hat er gemacht? Ja, gut nachgeschmissen, aber ganz schwul Ganz schwul Ja genau Alter, der fucking Warwick, der soll unten bleiben Wo ist der eigentlich? Außer der ist mit der Hauptbahn Kills Ja, die kriegen wenigstens in Terral Du kriegst auch Gold Ist ja auch nicht Karge Es ist urscheiße für mich, jetzt hat er einen Kill Ich bin echt so scared, du dann schützt Fuckin' Diamond 5 Lord, war ja heilin' Diamond 5 Leute wollen auch mal normal Games spielen Oh, nein scheiße Ach, der gute alte Farming Simulator Ich glaub das gibt's sogar wirklich das Spiel, Farming Simulator 2014 Wie gibt's das? Benders jetzt, weil ihr seid alle Säcke Ich hab da no help, ich bin 2 gegen 1 unten What the fuck macht der Nuno da? Der soll dir helfen gehen oder wieder in die Toplane gehen Aber nicht bei mir herumgehen Ich hab da noch 4 Ich hab da noch 4 Ich hab da noch 4 Okay, of course the flash is not bad Sag dem Nuno soll er helfen Ja, glaubst du, schau mal, schau mal in den fucker chat Ja, sag ihm Wenn ihr nicht auf die ganzen Prings hört und help me Es muss nicht nur er sein Ja, sag ihm Ja, sag ihm Fuck Ja, sag ihm Ja, sag ihm Ja, sag ihm Ich hab da noch nicht selber schulen Wenn er das erste Mal ist Shit Ich hab nur Angst, dass der Vega mich dann einfach fucking mit der Der haut dann auf sich einfach die Ultra von Rack mich damit, dass das richtig gehe Ich hab da noch nicht gesehen Aber ich hab da noch nicht gesehen Ah, jetzt ist die Lolo wieder da aber das letzte Level 6, das bringt mir genau nichts Sie wird einfach weg geschossen werden My ping ist hier und keiner high Ja, der Uriah, der wird so vergewaltigt da oben Alright, we're diving this full time Borded And Lana, man So that Vega Reno is Ja, das ist das Bei uns Alter, ihr seid solche Säge Und mit der ULZ, die tut ihr das auch noch wie nice Bleib da, bleib da bitte Alter, was ist das hier für ein Gale-Shield Ja genau, du Arsch Oh fuck Okay, dude, come, go in Fuck that shit So so schwarz aus, Sackgesicht We can run it up now Damn Nice shit Push a Reno Wieder kein Risiko eingehen Dass ich dann auch irgendwie geoutet wäre oder so Shit, meine Midlane Oh, das war nice, weil Ich habe einen fucking kill bekommen Der ist unnice vorbereitet Und Ich verliere jetzt ihre Botlane Ich hab, das war nämlich unnice Ich hab bevor der Fight angefangen hat Hab ich den Grace schon mal erwischt Mit einem fucking Ah, der wird dich eben Okay, das war gut Weil der killt dich nämlich mit der ULZ Das ist das Problem Ja Ja Den hab ich nämlich einmal bevor der Fight war Hab ich ihn erwischt mit dem Spear Und der hat ihm ziemlich wehgetan Und der hat ihm ziemlich wehgetan Und der hat ihm ziemlich wehgetan Ja, du musst runterkommen Ich kann die lane nicht halten Ich kann die lane nicht halten Ich kann die lane leider nicht halten Ja, die Sind leider zu viert Jetzt nur noch Aber ich bin trotzdem in guter Sinne Dass wir's gewinnen können WTF WTF Warum hat die geliebt Er hat keinen Bock mehr gehabt Er hat keinen Bock mehr gehabt Er hat einfach zu hoher ping Soll sich nicht anscheißen Ganz ehrlich Fucking hit him Nice Oh fuck Alter Der Tau ist fucking low leider Oh damn Das war nice Was Mich extra ganz weit weg Wenn ich den Scheiß noch nicht normal passiert Oh fuck Und du Du Ähm Nein, chill We already got mid and top so We already got mid and top so Well that's his fucking team work Cut the turret here Yeah So squishy I'm kinda squishy too But Not that squishy Oh but it's the tier 4 This is good What the fuck Oh you drunk Noch Was geht mit dem? Ah Da Die RG's clean and up dude Ich countest ja Aber der O zu D geht wieder Oder noch nicht Ah Es wird los Oh Oh Die fucking Super Ah ari Ich würde jetzt so gerne die Tier voll kriegen bevor ich baue Du bist echt voll Ah, Gold Gold Oh, Shit, das nackt nicht mehr Weißt du, wir machen das so Ja Oh, Nice Hey, wir müssen aber hingehen Warte, warte, warte Ja, ich gehe runter Das muss sein, der Grund, warum alle sterben Das muss sein, der Grund, warum Teemo so lange sterben Der Grund, dass er tatsächlich Satan ist und in Jesus nicht glaubt Sack Jetzt müsst ihr eigentlich gleich fertig sein, oder? Ja, das müsst ihr schon Ja, fertig Oh Gott Jetzt kriege ich Arch Angels Und dann machen wir mal Ich hole mir jetzt dann Revidence als nächstes Ich glaube, der Warwick ist schon fast unkillbar jetzt Mit dem Rake vom Spirit Visage Das ist schon ziemlich brutal Hm Der Typ ist weg, gell? Nein, noch ziemlich early Muss man dazu sagen Ich habe jetzt mit Prouba Oh, das ist Prouba Oh, Fuck Wir brauchen Arribuzz, Magana Oh fuck, der chill Fuck, was hat mich da alles getroffen? Der Weg ist auch nicht Was war ich nur er? Go, der, du Oh mein Gott, den den f***ing Pirate gemacht oh lol ok wir haben den Dragon bekommen ja Barrel ist besser besser ja der gibt nämlich Gold und den buff was besser, Blade of Ruin King oder Infinity Edge Blade of Ruin King oder fuckerino 4k Gold never can damage if you fucking got Gold jeez damn he should have been Miner fuck off retards damn du 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 kill that guy oh okay dead guy ja auto attack du shit du lord lord das ist fett oh oh so far rekt 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 oh oh they're playing solo you killed in fk yeah you killed in fk ja das haben sie vorher auch gemacht vergelten gleiche mit gleiche Wir haben urlange Fünf gegen Vieh gespielt, eigentlich, also. Ja. Sollen sich hier nicht ankargen? Oh Gott. Das ist ja Graves auch, du, oder? Was ist das für eine Scheiße gewesen? You the fuck, niggas. Are you fucking serious? Der ist so schlecht, der Typ, aber ist eh tot. Boooooo... Ah, come on. Oh, wie der Spiel, das ist einfach nur schlecht. Fuck off. Ah. Fuck, der chill. Fuck, das ist nur noch du hin. Er stirbt dann ja. Der hat noch die Uhr gehabt, das ist richtig scheißegal. Hätte ich den Damage, den ich jetzt schon vorher gehabt habe, dann... Oh scheiße. Dann hätte ich schon... Dann hätte ich die All gekillt. Oh fuck ey. Gib dir den fucking Warwick. Gib dir den Suck. Wie der angreift der Suck. Gib dir den Attack Speed. Der hatte vorher, ich glaube 2,3 oder so... Alter, der hat 35 Stacks auf Heroflare. Das muss stark sein mit der Ult, bist du. Der Typ, der Rack, der schau wie der angreift. Der kriegt bis zu 2,38 Attack Speed. Ja, das Ult ist so stark mit dem Faroflare und dem Blade of Ringing, das macht's natürlich fucking strong. Dude, und sein fucking Rack mit dem Spirit Visage, das ist fucking brutal. Der Suck. Über 4 fucking Leute. Ich habe die Ludo erwischt mit dem Spiegel. Ich habe die Ludo erwischt mit dem Speer. Ich habe noch keine Speer-Vagition. Ich hab jetzt eine Speer-Vagition. Alright, lasst es. Nein Ludo, warte die fache ich. Die größte Threats auf der Team. Oh scheiße, das wäre so gesessen. Der will kannst du in die Medikamon, oder? Ja. Ich will mich gar nicht anlegen, der scheiß Graves. Alter, gib den fucking WB. Kacke, der kann nicht sterben, der fucking 4K, hell. Ja, ich glaub, der kann wirklich nicht sterben. Ich mein, die haben da zu zweit den fucking Baron gemacht, ich mein, sie hat noch das Konsum, aber der... Der war weg, den kieselt er schnell nicht mehr. Oh, das ist Raiders. GG, well played. Ja, dann, danke schön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.